Lange vor dem Selfie gab es bei den Griechen und Römern einen Mythos von jemandem, der etwas zu sehr vom eigenen Abbild besessen war. Einer Erzählung nach reiste der hübsche Jüngling Narziss durch die Welt und suchte nach Liebe. Nachdem er die Nymphe Echo zurückgewiesen hatte, sah er sein Spiegelbild in einem Fluss und verliebte sich in es. Unfähig, sich vorzureißen, ertrank Narziss. Eine Blume markierte die Stelle, wo er starb. Heute nennt man sie Narzisse. Der Mythos umschreibt das Phänomen des Narzissmus, übersteigerte mitunter schädliche Selbstverliebtheit. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Persönlichkeitstyp, sondern um diverse von der Psychologie untersuchte und klassifizierte Verhaltensweisen. Die psychologische Definition von Narzissmus ist ein überhöhtes Selbstbild. Narzissen halten sich in unterschiedlichem Maße für besser aussehend, klüger und wichtiger als andere und glauben, eine Sonderbehandlung zu verdienen. Die Psychologie kennt zwei Formen von Narzissmus als Persönlichkeitsmerkmal. Grandiosen und vulnerablen Narzissmus. Zudem gibt es noch die narzisstische Persönlichkeitsstörung, eine noch extremere Form, zu der wir gleich kommen. Grandioser Narzissmus ist die häufigste Form und zeichnet sich durch Extrovertiertheit, Dominanz und Aufmerksamkeitsstreben aus. Grandiose Narzissen wollen Aufmerksamkeit und Macht, oft als Politiker, Prominente oder Kulturschaffende. Natürlich ist nicht jeder, der eine Machtposition anstrebt, ein Narzisst. Viele tun dies aus guten Gründen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen oder das Leben anderer zu verbessern. Narzissen wollen Macht jedoch wegen des Ansehens und des Status. Vulnerable Narzissen hingegen sind oft ruhig und zurückhaltend. Sie haben ein starkes Anspruchsdenken, fühlen sich aber leicht angegriffen oder gekränkt. In beiden Fällen zeigt sich auf lange Sicht die dunkle Seite des Narzissmus. Narzissen neigen dazu, egoistisch zu handeln. Narzisstische Anführer treffen riskante oder unmoralische Entscheidungen und narzisstische Partner sind oft unehrlich oder untreu. Wird ihr rosiges Selbstbild angezweifelt, reagieren sie meist nachtragend und aggressiv. Es ist wie eine Krankheit, bei der sich die Betroffenen zwar gut fühlen, aber die Menschen um sie herum leiden. Im Extremfall stufen Psychologen sie als narzisstische Persönlichkeitsstörung ein. Etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. Überwiegend Männer. Diagnostiziert wird sie ausschließlich bei Erwachsenen. Bei Kindern ist Egoismus mitunter sehr ausgeprägt, aber oft nur ein normaler Teil der Entwicklung. Die fünfte Ausgabe des Diagnose- und Statistikleitfadens der amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung beschreibt mehrere Merkmale einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Dazu gehören ein übersteigertes Selbstbild, Empathieprobleme, Anspruchsdenken und ein Bedürfnis nach Bewunderung und Aufmerksamkeit. Eine Persönlichkeitsstörung liegt vor, wenn sie das Leben des Betroffenen beherrscht und erhebliche Probleme verursacht. Anstatt sich etwa um Partner und Kinder zu sorgen, benutzt man diese als Quelle für Aufmerksamkeit und Bewunderung. Oder statt konstruktive Kritik an der eigenen Leistung zu wünschen, sagt man allen, die einem helfen wollen, dass sie falsch liegen. Was verursacht also Narzissmus? Zwillingsstudien zeigen zwar einen genetischen Zusammenhang, jedoch nicht welche Gene beteiligt sind. Auch das Umfeld ist entscheidend. Eltern, die ihr Kind zu viel loben, begünstigen grandiosen Narzissmus und kühle, kontrollierende Eltern die vulnerable Form. Narzissmus scheint zudem in Kulturen mit Fokus auf Individualität und Selbstdarstellung stärker ausgeprägt zu sein. In den USA hat der Narzissmus seit den 1970er Jahren zugenommen, als die Gemeinschaftlichkeit der 60er, der Selbstwertbewegung und zunehmendem Materialismus wich. In jüngster Zeit haben die sozialen Medien die Möglichkeiten der Selbstdarstellung vervielfacht. Eindeutige Beweise dafür, dass diese Narzissmus verursachen, gibt es aber nicht. Jedoch bieten sie Narzissen ein Instrument, um Sozialstatus und Aufmerksamkeit zu erlangen. Können Narzissen ihre negativen Charakterzüge abmildern? Ja. Alles, was ein reales Abbild des eigenen Verhaltens und Empathie fördert, wie Psychotherapie oder das Üben von Mitgefühl für andere, ist hilfreich. Für Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung kann es schwierig sein, dauerhaft an einer Selbstbesserung zu arbeiten. Für einen Narzissen ist ungeschminkte Selbstreflexion sehr schwer. Da wir gerade von unschmeichelhaften Beurteilungen sprechen, hast du dich jemals gewundert, warum inkompetente Menschen denken, dass sie großartig sind? Man nennt das den Dunning-Kruger-Effekt und in diesem Video erfährst du alles darüber. Und wenn du schon mal hier bist, abonniere unseren Kanal. Und wenn du schon mal hier bist, abonniere unseren Kanal.